Jetzt glaube ich einfach mal, dass es läuft. Geh mal am besten hier durch. Ne, ne, stopp, stopp, rechts durch. Da unter der Wäsche spinne ich die erste Kappe. Da unter der Wäsche spinne ich die erste Kappe. Ja, das kann sein, dass der Wind hat von oben. Da unter der Wäsche spinne ich die erste Kappe. Da unter der Wäsche spinne ich die erste Kappe. Ja, dierupte ist ein Kappe.